Hi Leute und ja, wie ihr es wahrscheinlich ahnt, es ist jetzt einer meiner Videos, wo ich über was informiere. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen Praktikum, was ziemlich anstrengend war, wodurch ich wirklich nicht zum letzten Mal richtig kam. Und ich werde jetzt in den nächsten vier Tagen weg sein. Das heißt, am Mittwoch wird wieder was kommen von mir. Tja, so lange kann ich vielleicht was beantworten, vielleicht auch nicht, das muss ich noch zu zeigen. Gut, das wäre es euch schon, also ich bin jetzt vier Tage weg und leider, also wegen dem Praktikum, in den zwei Wochen konnte ich irgendwie überhaupt nichts machen. Ja, ihr seht mich dann am Mittwoch, bzw. ihr hört mich dann. Tja, in Hellenistic.